Hi Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen CSGO Runde und zwar heute mit dabei der Dalu, der Holly, der Sachse und der Kapuze und wir spielen gegen das Team Shabby, da ist der Alex, der Teko, der Wusi, der Pangjo und der Simp. Genau, das ist auch ein Kumpel von denen. Genau, wir spielen Best of Five, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Wer ist gelb? Der Sachse. Okay, dann mache ich Mitte, Blau geht B. Mach B, ja. Lang kommt keiner. Im A kurz kommt einer, A kurz zwei, A kurz drei. Okay, okay, lang ist nix. Können auch noch Mitte rauskommen. Oh, da ist einer Mitte. Wir haben keinen auf kurz. Ja, ja, Sachse, ich dachte du... Will ich gehen mal nach? Kurz durch. Kurz durch, ja? Ist einer schon CT auf dem Mülleimer hier links. Mülleimer down. Schön. Bomb ist A? Ja. Ja, ja. Elevator keiner. Gut. Im Lead-Eck einer hat Damage bekommen. Haben? Lead-Eck der Letzte. Okay, ich defuse. Nein. Okay. Wolltest du? Ne, ne, schon mal. Der mit den meisten Kills bekommt die Bombe, das ist die Trophäe. Und das ist, äh, ungeschriebene Regen? Sag, du lass mich bitte lang. Hau das lang. So. Oh. Ja, erste Runde schon mal gewonnen. Super. Die erste Runde sind wir auch immer am liebsten, weil da gibt's doch keine Arbe. Dann... Dann... Dann mach ich das Spiel nicht. Genau. Ja. Ich geh mit B wieder. B-Rush erwarte ich. Ich erwarte nen B-Rush. Ja. Wahrscheinlich. Nix in der Mitte gesehen. Soll ich smoken? Ja mach mal, mach mal. A scheint auch gut zu sein. Hörst du was? Big B. Ich hör Steps, aber ich glaub eher mit. Mit hat einer, oder? Ich kann kurz ansagen, ja. B kommt geschlossen, ja. Ne, ne, alles sauber, ich hab nur geschlossen. Achso, okay. A kurz, geht einer. Okay. Äh, die sind, die sind noch... Der war alleine. Der war alleine. Okay. Hey. Ja. 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 Wow, 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 wow. Oben Mitte einer. Der ist oben Mitte. Er hat aber Damage bekommen. Ich bin Cutters unten jetzt. Vom Simi Switch sind jetzt zwei. B Cutters war einer. Schön. Ja sonst... Ich Cutters soweit hier, Holly. Kannst auch runter was schieben. Zweier Meter. Geht nur auf Akkord. Zwei sind kurz durch. Ja, ja. Hör ich. Jupp. Okay, ich seh sie, ich seh sie. Bombe down. Sind da immer noch auf dem Marskot? Oh, gut. Bombe liegt bei Mitte. Holly klaut mir das Ace. Gut gemacht. Ja, tut mir leid. Okay. Hol sie dir alle nächste Runde. Wir bleiben alle stehen. Nee, jetzt ist, jetzt ist vorbei. Wir haben jetzt auch keine Lust mehr. Die kaufen jetzt wahrscheinlich. Wollen wir, wollen wir Simi aufnehmen? Wir haben auch gar keine Lust mehr einen Ace zu machen. Das wär jetzt genommen. So. Ja, die haben jetzt wahrscheinlich Waffen. Let's go. Ja. Jetzt wird's unlustig, wenn die dann... Ab jetzt wird's unlustig, ja. Ja. Allang kam der Flash. Ja. Allang ist an dem Switch. Okay. Mitte noch nix. Ah, Mitte wird jetzt gesmoked. Bad Smoke. Die liegt mit oben. Steps oben Mitte. Ich werd jetzt komplett eingenebelt. Die kommen kurz. Könnten kurz kommen, sagst du? Jo. Ja. Lange ist keiner mehr. Der Switch ist auch keiner mehr. Die sind übrigens kurz. Mitte ist was. Oh ja. Immer noch. Um's Eckwara. Boah. Eine Bombe liegt bei... Vom Switch. Bleib kurz, sagst du. Ich geh mit zur Bombe. So. Okay, die sind immer noch T-Spawn. Lass die einfach kommen. Kapuze. Komm mal schnell hier hin. Warte, da kommt einer. Zieh weiter. So, du willst rauf. Ja. Einer B. Einer B. Einer B. Okay, ist da. Oh, gleich einer rechts. Wenn du raus gehst, rechts. Der Letzte... Ne. Der Letzte war auf B? Ne, ne der ist weg. Keine Ahnung, wo der Letzte ist. Ja. Na, vielleicht saft er auch. Also AKs hatten wir aber. BK das oben. Hat das. BK das oben muss er sein. Schön. Nice. Nice, nice. Noch was nochmal. Ich hab zwei Bombenträger getötet. Schau mich an. Du hast nur gewartet, bis einer aufhebt, um ihn dann wieder zu erschießen. Dann nennst du die beiden Bombenträger. Das ist die Trophäe. Ja. Jetzt aber B-Rush. Ich spüre es. Irgendwann. Meinst du ohne Waffen? Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? So. Ah, ah, ah. Oh Gott. Ah, kommen drei Flashes. Ah. Ah, alle A lang. Ihr könnt kommen. Nice, das ist ein gebrutzelt. Ist das kein Fake? Ist die Bombe? Ja. Ja. Ähm. Zwei. Zwei. Ja, drei lang. Das sind die letzten drei. Einer noch, A lang. Der kann nicht zurück. Der kann nicht zurückkommen. Lass mir nochmal einen übrig. Da ist Feuer hinter ihm. Er wollte das. Geile war, er wollte es abhauen und sie so nah hier brennt. Hallo. Ich muss hier stehen bleiben. Und der war auch kein Phönix, daher. Oh boy. Es gab nur eine Richtung. Er konnte nicht durch Feuer fliegen. Oh man. Ah, jetzt ist B-Rush. Jetzt ist B-Rush. Nein, nein. Ich glaube, Mr. Tekko ist einfach nur ein bisschen nervös. Ach. Sonst ist er doch eigentlich... Weil sonst ist er doch eigentlich so gut. Ja, ja. Der ist grad ziemlich nervös. Der ist nervös, ist der. Hat die ganze Tab auf. Oh Gott. Oh Gott, was ist er los? Ja, Flash ist auf B. Ja, alles ruhig. Das ist nicht normal. Okay, B-Rush. Okay. Oh nein, ich habe keinen erwischt. Alle drauf. Wow. Holy moly. Zwei auf dem Plateau. Zwei müssen auf dem Plateau sein. Ja, doppelt hören. Warte ich schon kurz Fenster rein. Ja, Plateau ist hinten an. Kannst du nicht durchschießen mit der P90. Ah. Ah. Wollte eigentlich die in 4 holen wollen. Ja, da ist der nicht so. Der checkt das ja nicht. Stimmt. Wuhu. Oh, Feste. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich wollte ursprünglich den in 4 da holen. Ursprünglich. Damals. 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 Arck haben gerade eine Flash. Okay. Noch eine. Andi bei dir schon durch? Ja. Im Pilz sitzt jetzt einer. Lass mich hochkommen. Sag sie hier Elevator. Hier, booste mich hier in der Ecke hoch. Guck dich. Danke. Terror Schräge hoch. Terror Schräge schon drauf jetzt. Einer ist fast tot. Oh. Schön, das war der. Vier Stück aufm Spot. Okay. Beziehungsweise drei Stück. Lass gekillt. Na, super. Die haben noch nicht gelegt. Die haben noch nicht gelegt. Aber sauber. Der wird hinter den Kissen sein. Könnte im Lead-Eck sein. Ja, ist noch einer. Ist noch einer. Lead-Eck, guck mal. Ja. Lead-Eck einer. Schön. Alle drauf jetzt. Wenn das Feuer aus ist, müsst ihr hin. Wusi lebt aber doch. Aufm Spot. Go, Leute. Helft ihm. Schön. Und Diffuser. Hast ein Kit? Ja, ich hab'n Kit. Lauf! Bin ich runter. 7, 3, 8, 4, 5, 4. Schnell. Immer dasselbe Code. Ey, das ist echter Code? Ja. Ja. Oh Gott. Das wär' auch sowieso arkt. Ja, irgendwann, wenn du ganz viele Bomben schon, weißt du, wenn du bei dem Spezialkommando für Bombenenschärfung bist, dann merkst du den Code halt. Ich geh' mal mit, ja. Dann stemm' ich mal in die Mitte. Ja, diese Bomben sind ja Massenproduktionen, die Anleitungen, die kennt ja jeder. Da steht ja immer drin, 7, 3. A lang. Ja, die sind nach A. Äh, Awe. Awe ist A. Awe. Bond liegt. Ja, aber die sind schon wieder zurückgegangen, glaub' ich. Mendes, die solltest du mal sehen. Die gehen zu B, glaub' ich. Die verschieben. Achso, auf B würd' ich jetzt nie unbedingt sagen. Ich hab Mendes grad gesehen, dass der andere durchgift ist. Richtung B. Sag' mal. Und T-Sport stand auch mal A, war? Stande. Bei dir ist ruhig heulig, oder? Ja, ja, alles super. Wieso nicht Kratus? Die Spot noch ja noch. Ja, lass' ihn kommen, lass' ihn kommen. Becoi. Mhm. Gehen sie, wo gehen sie hin? Keine Ahnung, bin dort. Ein paar Sekunden siehst du ja immer noch was. Ne, der hat eine Granaterei geworfen in Kratus, ja. Also, ne, double los. Ja, dann sagt mal an, ob die B oder A gehen. Alang AWP, ich wurde angeschossen durch die Kiste. Alang AWP, ja. Kurz hör' ich nichts. Immer noch Alang AWP. Oh, die Mitte. Und kommt einer offensiv Volli, der ist gleich da. Fuck. Im Mitte ist einer. Ja, die wissen's. What? Oh, holli. Da war der Laufverzug, glaub ich. Spray'n, pray'n. Wo hast'n die Waffe gekauft? Ah, keine Ahnung. Ist auch so ne Massenanfertigung. Also, jetzt wegen hast du noch so viel Geld. Nimm doch mal nicht die China-Ware. Ich hab' nichts, ne. Ganze Druck, ich hab' zugeguckt. Ich kann'm nix kaufen. Ich kann auch nix kaufen, eigentlich. Oh. Äh, holli, kannst du droppen dann? Ähm, jo. Ja. Ja, ich muss. Jetzt. Let's go. Danke. Pass auf, die AWP ist jetzt auf. Mhm. Ja, ich hab' Angst vor der. Auch ein bisschen. Mitte unten, B-Cutter-Steps. Mitte wird geflasht. Okay. Mitte hat einer, okay. Sehr gut. Ich bin noch Mitte. Super. Decre. Ja. B ist ruhig. Mh. Mal kurz, dass du genauso ruhig. Habe lang hoch. Weißt du Scheiden, wenn B was kommt? Ja, ja. Ich glaub, die macht wieder für mich vorhin. Ich kann Mitte nichts sehen. Also, ich bin, bin hinterm Tor. auch nichts diesen aber langsam die machen ich bin nur eine anscheinend ist jetzt einer ja was lang bis jetzt auch noch rechts ja lang ist auch nur einer aber der hat mich wieder nur noch die hälfte ich gehe aus der mitte raus ich gehe in mitte raus a verdammt einer mitte einer lang grube mitte kommt raus jetzt kannst wir schieben kurz kommt kommt auch her grube ich hab ihn erst nicht gesehen machen wir eine echo? ja eine echo würde ich sagen danach zwei runden kaufen nächste runde kauf ich AWP für den die mitte hast du kev da du? ne 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 hat AWP nicht geschossen? ne stand aber rechts b steps n auf jeden fall ja b hat das unten ist er wow das sind ganz viele da komm steht der vom switch mit der AWP b hier unten in der mitte ist noch einer sagst du wachs pass auf AWP könnte das ist AWP b mitte unten kommt raus das ist Standort wenn sich die AWP bewegt b ist ein highlight b ist ein highlight zwei raus bei dir hol den jawohl hinter dir besucht hola b ist klar versuchen wirs mal b ist klar versuchen wirs mal na dann da lu ich stell mich aber für kurz ich setz mich auf kein Duell er soll mal schießen ey hab sie nicht gesehen lang kam der flash ja lang höre ich steps b kommt auch flashes ja b kam auch flash b kam aus unten ist wer die flash in der mitte ich weiß nicht ob ich einen getroffen hab oh ah ist sicher da steht sicher wieder die AWP bei mir ich hab noch eine flash mitte ne ist diesmal ein rauch ach Mist jawoll molly kommt mit raus na ich auch der AWP liegt im switch der rauch lichtet sich der rauch lichtet sich der rauch lichtet sich super ja von wo wo war der wo war der der muss mitte unten hinter der Tür gewesen sein zwei stück sitzen bei W hinten drin ok die kommen raus die kommen raus äh will wenn er habe ich hab ja ja ne ich hab 3,4 3,4 kauf äh ich hab ne P90 ok mit Kevlonhelm das ist in Ordnung holla oh 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 hey hello sind zwei AWP's gewesen deswegen ich hab auf eine gewandt ok komm zurück komm zurück komm zurück komm zurück drei stück haben drin gesessen gehts nicht ich geh nicht durch den switch weil da wartet die AWP Mitte sind viele Steps senken und der hat keiner mehr ne hm ich guck wie war ja Mitte ist gesmoked gerade bitte drei raus zu viele zu viele zu viele wo sind die bitte oh window kam ne flash ja ja window kommen sie die kommen B die kommen B einer auf dem Spot über window aber Mitte zwei auf dem Spot über window noch einer Holly scheiße raus aber noch beim Tspot aber noch beim Tspot hier bei einer kommt noch Cutters ja lass den kommen ach alter ne ich alter fuck lass... ah ist doch scheiße was 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 sitzt er noch drin Katastrophen, ja. Lock dann noch mit seiner Awe. Nimm die Awe mit, nimm die Awe mit. Sehr gut. Awe, Dalu, du willst? Der Horly hat meine Waffe gefahren. Achso, wo bist du denn? Mac Manus? Ja. Danke. Hat sie sich schnell in die Tasche gepackt? Naja, so ist er. Ja, wieder zwei glaube ich. Aber einer ist mit, ich glaube die Bombe ist in A gegangen. Schön. Es gefällt mir. Der muss doch nicht. Zwei lang, zwei lang auch noch. Dann geht Katastrophen. Fahrt das hinten ja noch. Warten. Zwei lang, Dalu kommt jetzt. Was? Mist. Den hab ich doch gehört. Let's auf Asport. Wow. Jo, der sitzt hinter den Kisten. Flashbangs. Hä? Wo? Nein, in der Kisten dort. Nee. Da muss unten nimmer noch einer. Nein. Yes. Was? Verbrenne, verbrenne doch. Die Leiche verbrennen. Keine Beweise. Keine Beweise. Genau. Uh. Ahu. 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 Du rennst ja auch immer hinten raus. Nein, nein, nein. Ich renne nicht. Ich warte immer. Au. Oh. Jo, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen weg. Ja. Ja. Alle? Ja. Ja, nice. Fuck. Ja, letztes. Sehr gut. Ne, ne gute Waffe oder so. Haben wir, haben wir eine AWP? Ja, okay. Dalu hat ein Geld. Mensch, da könnt ihr mal droppen, oder? Willste? Ja. Dalu macht ne Party mit dem Geld, hab ich gehört. Schmeißt zurück? Ja. Ist ja in Ordnung. Gut gemacht. Ist ja in Ordnung. Ich hab gedacht, es klappt. Einer ist auf jeden Fall nach A gegangen am Ende. Und B schießen die ein bisschen. Mit der oben einer. Oh, da klebt Blut an der Wand, Holly. Hast du durch den Rauch geschossen? Einer ist hier auf der, auf der Mitte. Oh ja. Ungefähr in mittlerer Höhe auch. Der ist, ne ne linke Seite hier. Kotz selber. Meine Fresse. Kotz selber. Der an der Kiste sitzt da noch einer. Okay. Wo sind die letzte? Kurz kommen die. Kurz kommen die. Das ist nur einer aktuell. Einer redet da pengt hier unten. Ja, ja. Unten Mitte. Einer geht. Das ist ne Habe. Über kurz. Ist er auf Kapuze? Da unten müsste er drin sitzen. Ich bin grad auf B. Also Mitte ist unbedingt. Ich hab Mitte. Da müsste er unten drin sein Kapuze. grad was meinst du? Ja. Also ich hab ihn auf jeden Fall gehittet. Sehr schön. Mhm. Let's go. People. People. AWP. Zwei Stück. Ei ei ei. Holla. Bin jawohl. Oh, die war gut. Wow. Die war besser. Da ist ein auf jeden Fall. Incendiary. Goddammit. Und mittel links. Ja, ich trau mich nicht raus schon. Blankdown smoke. Flashbang. Ich hab doch schon den Schatten gesehen. Hat einer Mitte? Nein. Mitte kann rauskommen. Die haben nicht gesmoked hier. Mitte zu. Na. Oh, wie sah das aufgehört zu fies? Wo, wo, wo? Mitte. Keine Ahnung. Ich dachte er ist schon tot. Jetzt ist er tot. Beine weggezogen. Ja. Heko lebt noch. Schön, Bombe Mitte down. Geh da raus. Ich wollt grad sagen, geh aus dem Loch raus. Weil du kannst ja von zwei Seiten angeschossen werden. Also einer ist auf B. Bombe liegt Mitte. Bombe ist weg. Ja, die gehen, die gehen B bis. Wow, wow, wow. Was hast du? Gerüst, gerüst. Gerüst. Ach komm. Was? Mit der auch noch. Ähm. Ja. Kaxi, die holst du raus. Die sind noch nicht da. Noch ein Planet. Und einer kommt von rechts. Nur ne Hai. Der Kopf. Den Kopf ausklären, der Kopf. Die war gut. Den Kopf einfach auch noch. Mach Kopf weit zurück. Die ist glaub ich in den Cutter. Da wirft er. Jetzt kannst du vergessen. Ich würde eher... Palim palim. Zehn, fünf. Ist okay. Kann man damit leben? Doch, doch. Doch, doch. Das kann man... Kann man schaffen. B, ne? Ja, auf B drauf. B, right? Kevlar? Ich kauf Kevlar, ja. Ja, ich auch. Aber warte mal. Wer kauft Flash? Soll ich Flash kaufen? Wir stehen eigentlich... Wir stehen 3-0-1. Ne, wir stehen 4-0-1. Die stehen 2-1-2. Die... Wenn die beiden... Ach Gott, ich bin genau in der Ecke hingeblieben. Das ist unglaublich. Ja, du bist eh die Bombe. Ich wusste, ich hab nichts gehört. Was ist mit Flash? Ja, egal. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Oh, fuck. Wäre gern, wer hin ist und der hinten vorne neben lässt. Der stirbt ja nicht. Einer kommt vom CT. Da hast du mein Lieblingsrund. Ich geh Fenster. Nice. Einer Cutters. Cutters Letzter. Okay. Räuche den aus. Jawohl! Da gibt's nen Gold-Bester. Uuuuuh. Very, very good. Ja, einen hab ich... Einen hab ich aufgelegt. Das war verlusig. Holly steht in diesen Ton. Und... Bah, bah, bah. Weil ich dann... Weil ich gestorben ist. Irgendjemand hab ich von hinten... Was war's vor, Holly? Ähm... Noch mal B oder so? Ne, langsam. Vielleicht pushen die gleich irgendwie. Also kein B-Rush. An der Treppe schleichen. Einer hätte in der Mitte gucken müssen, ob da in der rüberspringt. Vielleicht rushen die alle lang. Denk an der Treppe schleichen. Guck Cutters unten. Ja, lass rein hier. Soll ich blenden? Denk an die Bombe orange hier. Du hast die Bombe. Okay, ich glaub die pushen irgendwo lang oder so. B ist frei, B ist frei. Ja. Die haben hier Mitte gepusht. Geht weiter. Da. Ohlolololo. Achtung, ich glaub... Ich hab Steps gehabt. Ja. Blending. Fenster. Fenster, Fenster. Hab ihn. Oh, nice. Ich hab... B Cutters unten. Einer mit 25 HP. Kommt Cutters. Fenster war auch einer. Cutters 25 HP. Gleich da. Okay. Au. Wow, Fenster. Windung, Windung. Cutters down. Ah, Fenster. Ist nur noch einer. Der letzte. Ach. Durch. Spotting. Geh raus. Geh raus. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Oder? Okay. Okay. Nix gesagt. Ne, ne. Du hast die Größe dafür gekauft. Direkt neben der Awe. Äh, mach mal lang. Ja. Mach mal lang. Kann man mal. Lass A gehen. Ach, ja. Ja. Ah, Split? Oder? Könnte aber Split machen. Einer ist B nur. Nur einer auf B. Ja, dann lass den B gehen. Let's gooo. Oh, ah, alle, alle. Ja, dann lass den B gehen. Okay, jetzt B, 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 B. Direkt neben der Awe. Okay, kommt B. Einer ist auf B. Jetzt ist noch kein anderer durchgegangen bis jetzt. Aber hier ist gesmoked. Da ist auf jeden Fall einer. Einer ist auf jeden Fall. Ja, hab ich doch gesagt. Wir sind hinter dir, Holi. Ja, der ist bestimmt hier ums Eck. Warte, ich mach mal. Ich blend mal. Oh, da ist er. Au. Ja, geht durch. Geht rein da. Okay, nice. Einer kommt Mitte. Au. Wo, au? Wo denn? Ja, ich muss grad einstecken. Fenster, Fenster. Okay, aber. Da sitzt einer Mitte hinter, hinterm Holztor. Der kommt jetzt Cutters. Er hat meine AWP. Eigentlich müsste er sterben. AWP kommt Cutters. Letzte Cutters AWP. Wir brauchen die. Der darf nicht saveen. Crazy. So, wo ist er jetzt? Ah, Cutters. Am besten einer Mitte. Durch die Mitte gehen. Ja, lass mal reingehen. Terror, seid ihr. Da ist er. T-Base, Leute, holt ihn euch! Jawohl! Joll, Holi, du hast ihn viel zu weit weg erschossen. Hier kommt nicht mehr die Waffe dran. Da kommen die Ronnen. Ah, schade. Da ist gut geflogen. I have the bomb. Wohin? Wollt ihr schauen lassen, Mitte? Lass mal lang wieder spielen. Die könnten ja eben, die werden eine AWP jetzt haben in der Mitte. Fang ab, falls einer von hinten kommt. Und durch, lass durch. Ja. Durch, durch, durch. Wagen sieht gut aus. I'm flowing smoke. Oh, hier raucht's. Ah, oh, wirklich eine Kack. Oh. Hinterm, hinterm Smoke-Kabinen. Ja. Das ist scheiße. Okay, Mitte einer, CT. Na, warte, dann geh ich da anders rum. Das ist die Bombe wenig. Ja, wo ist er denn? Ja, aber nicht planten. Wir sind, wir sind noch zu zweit. Deswegen ja. Der hat doch nichts mehr. Grenade. Ja. Ja. Fuck. Wie viel hast du denn noch abgezogen? Der ist kurz. 33. Ähm, auf Spot beide? Nein, nein, rechts kurz. Da muss er sein. Ja, gleich. Dann ist er auf Spot gegangen. Ja. Ja, ja. Alles liegen versteckt. Ja, die Terroristen haben sowieso Dustfarben an, ne? Ja, kein Vorteil. Okay. Äh, Drop, ne? Kannst du für alles droppen? Ich hab nichts. Ne, der Sachsen-Displayer, der hat ja auch hier, ne? Würde mir... Ah, ich würde ne AK nehmen. Den Tekkenau, einen würde ich mit ihm nicht. Ja, ich leg ne AK. Ich kann ja ne SG-Game. Okay, danke. Achso, die wolltest du. Danke. Okay. Vielleicht wirst du zu Beckett machen. Ja, ich schau da nicht. Ja, genau. Ich versuche auch mal B. Einer B. Hallo? Einer B und einer in der Mitte. Auf geht's. Die Awe. Bin ich nach dir. Haben wir. Warte. Hinten am Tor ist er. Ich hör'n am Tor. Yo, der ist da, der ist da. Ich hab die Waffe auf die Waffen auf den Spot geworfen, eine. Falls einer noch keine hat, die legt ne AK mit nach. Kannst du einer. Ja, ich denke Fenster wahrscheinlich. Fenster, Fenster war ja ne. Ich hab Fenster von Cutters aus im Blick. Okay. Cutters müsste aber einer gucken. Keiner hat Cutters. Uff. Awe in der Mitte. Awe. Awe. Awe imt mich ab. Hilfe. Einer B. Awe. 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 Er hat erschossen, ne, ja. Wen hat er erschossen? Ich? Ja, ich hab dich noch von hinten. Du bist aber nett. Er wollte halt nicht, dass du durch die Bombe stirbst. Das wär zu brutal. Das wär zu einfach gewesen. Ne, das wär auch brutal und das konnte er nicht mit anderen sehen. Da hab ich schnell erschossen. B ist an sich ja ganz gut. Aber nimm halt die Bombe mit. Das ist doch A jetzt. B ist gut. Ja, das war einfach. Wir wollen ja noch ein Stück spielen. B ist gut, alles klar. A la la. Ey, das war echt so. Ja, dann wollen wir cutten. Jetzt gehen wir doch B. Jetzt überlegen wir uns. Komm, warte, ich smoke mal CT. Äh, Ohren ist gesmoked. Granade. Und go. Der ist im Holster direkt. Nö. Nö, nicht mehr. Einer hier, links Auto. Den hab ich. Okay, äh, wen ist die Bombe? Er geht grad nicht. Oh, sorry. Mitte unten ist er. Einer Mitte und einer CT. CT AWP, Mitte unten fast tot. Und die Bombe liegt auch draußen. Nee, ist nicht gut. Er könnte Cutters kommen. Keiner guckt Cutters gerade. Mach Cutters bitte. Kapuza hat Cutters. Da ist einer. Cutters kommt da, Cutters kommt. Halt durch, halt durch, halt durch. Er hat die letzten beiden, keiner guckt bitte. Cutters steht immer noch direkt im Tunnel. Lass ihn aber kommen. Ja, jetzt Cutters letzter. Keine Arbe mach ich ja. Der hat keine Arbe. Du weißt. Jetzt packst du aber aus. Quose. Oh, Entscheidungsrunde vom Fest. Kann jemand kaufen? Ja, alles. Ja, alles. Hast du ne Sperre bekommen oder was? Ja, gut. Dann muss ich hier mit der AK rumhantieren. Ähm. Ja, ist ja ne schlechte Waffe. Ist ja fast wie ne Pistol. Ich hab aber noch ne Ködergranate ergattern können. Im Säck. Hat er denn noch ein Angebot für die letzte Runde oder was? Ja. Jetzt alles muss raus. Ködergranate für den Sail, ja. Ist da noch einer im Pit? Nein. Not. Hallo, ich bin direkt hinter euch. Meine Fresse, es stirbt doch einfach. CT, noch einer. Warte. Na kurz, einer. Ja, ich hatte den lecker erwischt. Tut mir leid. CT ist ne Shotgun. Great. Der letzte war kurz. Angeschossen. Flashback. Ich hole näher. Oder Holly? Ne, ne, Holly. Okay. Äh, Holly? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Erste Match liebt er ganz gut für uns. Sowas jetzt? Wir voten nicht. Lass die voten. Die dürfen voten. Verlierer wählt aus. Mirage haben die. Okay, dann wollen die Mirage. Alles klar, dann machen wir einen Cut, oder Manus? Grasch. Jawoll. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal in die Videobeschreibung, da sind alle anderen. Und ja, in diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Tschüss. 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 Tschüss.